Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschwanderbrüche. Ich zeige euch wieder recht herzlich zu Red Dead Redemption. Jawohl. Und wir haben wieder eine Aufgabe. Da gehen wir jetzt zügig hin zu Molly O'Shea. Die haben wir uns jetzt markiert. Da wollen wir auf jeden Fall vorbeigehen. Wir haben ja zuletzt wieder Schnaps ausgeliefert. Da haben wir uns ein bisschen blöd angestellt. Aber naja, da ist sie ja, die gute Molly. Ja, Frau O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, Loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Frau O'Shea. What do you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside, as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it. As long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here, where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid, or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Okay, then let's see if his tip is correct. So, cover up faces, all right. Okay. Christ's sake. I should be due anytime now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. Bear. You see, gentlemen? Just like clockwork. Aha. Okay. So, then, come on now, more. Stop the wagon. I said stop the... So, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich will nicht getroffen werden. Aber das ist ein Fehler. Ich arbeite für Kornwall, Kerosene und Tarr. Herr Leviticus, Kornwall. Oh, großartig. So, du weißt... Wer nicht. Ich höre, dass er genug ist, um die Werte zu erinnern, und nicht zu verlieren. Oh, er verliert. Oh, schau. Hey, ich denke, ich sehe etwas. Oh, großartig. Los geht's, Arthur, los geht's! Mann, toll. Aber ja, klar. Dass das nicht ohne Probleme läuft. So. Komm schon. Nice going, uncle. Most guarded. Wacken in goddamn history. I don't know. You ain't getting away with this. Come on, Arthur! Two stones back. Whoa. Oh, no. Light us up, boys. Get rid of these sons of bitches. Wow, okay. Jetzt wird geschossen. Oh mein Gott, ja So Okay, wo reiten wir jetzt eigentlich hin? Wissen wir das überhaupt? Hallo? Into the woods? Okay So, okay Oh Mann Oh Mann Jetzt ist schon Abend All right Let's try and get out of here Hey, shit Absolutely Shut up, oh man Look, I was just trying to Shut up There's a light Over by the house Damn I hate it now Let's just Keep this calm See what happens So Okay Is this your place? Kinda And you didn't hear nothing? Ah, ah, ah Okay, let's go through Why don't you just tell me partner what you heard Tell me what you heard Tell me what you heard I don't Maybe I heard some noises out by the barn a while ago Oh man Oh man Hey, me It better not be All right Group 4 Low Go check out the barn Sir Okay Sie kommen in die Scheune So Und nun Naja, lass mal kommen Lass mal ganz gemütlich kommen You head inside I'll go around the back So Okay Von mir aus Komm schon We got more of the bastards on this side Come ahead Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's got enough to security Na, komm schon So Der ist auch weg So So Lass mal weiter Ich glaub da Jawoll Ich hab nicht dran gedacht, dass das Cornwall ist Na klasse Nun Oh, ja. So, okay. So, zack. Jawohl, der ist auch weg. Das ist Front, okay. Komm schon. So. Oh, Mann. Die Scheune blenden. So. Okay. Nun. Jetzt sollten wir langsam was tun. Okay. Ja, ja. Wir kommen schon. So. Da durch. Okay. Und ab in den Wald. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Auf was haben wir uns da nur eingelassen? So, okay. 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 Hier können wir uns ein bisschen ausruhen. Okay. You take the left and I'll take the right, okay? You're right on my right. You see anything? Not yet. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nun. Oh. Ich wusste's. Komm schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Komm schon. Oh, nein. Geh doch runter, Mensch. So. Wir müssen kurz mal was nehmen. Okay. Okay. Komm schon. So. So. oh mein gott ja die beute waren nicht verkehrt aber trotzdem so kurz hier ein bisschen was blündern so ok dann gucken wir mal was haben wir denn noch so schönes auf unsere großen karte ok dann haben wir dutch, john will auch was von uns ich glaube john könnten wir tatsächlich mal oh fuck, nein komm die stammen bei uns ey ich wollte nicht das langsam so die sind schon mal weg keine zeugen, das ist schon mal gut verbrechen wurde trotzdem gemeldet what egal so wir müssen weiter reiten so oh man oh Gott das liebt nicht so reibungslos wie wir uns das vorgestellt haben aber ok wann läuft es das mal ne so gesucht werden wir auch noch aber ok ich glaube jetzt wollen wir immer weiter weg reiten dürfte das gleich wegfallen die ermittlung so dann gucken wir mal was wir mit john so bequatschen haben ja so können sie in Rhodes keine Waffen, ja das kennen wir schon was, Kopfgeld 50 Dollar haben wir hier auch ok ok naja mein Gott so hier ist john ok drüben beim stall, alles klar gut, dann halten wir mal zum stall so da vorne sind die boys and girls aber ich würde sagen, bevor wir hier zu john und äh ich weiß jetzt gar nicht mal wer der andere heißt, Hachwe oder sowas gehen würde ich sagen beenden wir diese episode ja die muss ja auch nicht zu lang gehen ja das war auf jeden fall mal wieder Red Dead Redemption auch wieder aufregend von der Mission her ich hoffe es hat euch gefallen wenn es so ist, könnt ihr es gerne mal mit dem like zeigen könnt natürlich auch was in die kommentare schreiben fühlt euch da frisch, fröhlich, fröhlich und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut ciao ciao bye bye